Hey, ich bin's, der Lario! Muigi! Und herzlich willkommen zu einer ganz taufrischen Folge Fall Guys Season 1. Fall Guys Season 1. Ja, wie versprochen, der Muigi hat's noch genau zero mal gespielt. Zero! Er hat sich's gerade eben runtergeladen. Es ist fünf Minuten alt auf meinem Computer. Und wir haben uns gedacht, ich hab's schon ein paar Mal angespielt, aber ich hab ja im Stream schon erklärt, warum's scheiße war. Und der Muigi hat's noch nie gespielt, also starten wir direkt rein zusammen. Ich bin ready. Ich bin auch ready und ich bin sehr gehypt drauf. Äh, Steuerung? Auf A springt man, mit dem linken Stick läuft man, mit dem rechten, äh, also RB greift man Leute und auf X macht man Hechtsprung. Okay. Überbinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Okay. Genau. Ich hoffe, ich fall nicht gleich in der ersten Runde raus, das wär so ein Spiel angenehm. Nein, also bei dem Spiel geht's eigentlich, du musst dich hier drüber balancieren und dann vorpreschen. Leute, schreibt's dir die Kommentare. Ist easy, oder? Na, wir würden mal schwer hoffen. Torhunger, find ich, äh, manchmal ein bisschen Glücksspiel, aber was richtig abfuckt, ist doch tatsächlich die Wippen, weil die Leute so dumm sind. Mhm. Okay. Ach, und der Falle. Ich auch. Und jetzt? Einfach weiter. Jetzt weiter. Okay. Ich bin übrigens der schwarz-grün-gestreifte. Okay, ich bin der pinke, rote, wie auch immer. Alter, ich hau's weg. Ich bin auf diesem Kiss, auf dem gelben. Es bamzt mich. Was? Es regnet ja Achievements noch und nöcher. Echt? Ja. Oh, Junge, ich bin Zweiter, ganz knapp. Nein, nein. Was? Ich bin irgendwo ganz weit hinter. Nein, das wirft mich runter. Nein. Nein. Ich war Zweiter. Wo zum Geier bin ich? Oh, ist das schlecht. Zehnter, aber. Scheiße, ist ja bei sich schon sehr viele qualifiziert. Ja, ich bin... Ich bin noch an deine Bälle. Ist es weit? Ja. Du bist der Pinke? Ich bin der Pinke, siehst du mich? Äh, ich kann dich angucken, ja. Dann guck mich mal an und... Wat? Wie? Nein! So sah es bei mir aber auch aus. Runde beendet. Naja, gut. Okay, wir sehen uns gleich. Nein, wir sehen uns gleich wieder. Oder soll ich weiterspielen? Ähm... Du kannst mich auch beobachten. Ich bin da schwarz-grün gestreift. Ich beobachte dich mal kurz und dann... ...sieht man das. Vielleicht gibt es einen Cut. So, Leute, wir sind jetzt... ...wieder da. Ich suche noch den Lario. Ich bin schwarz- und grün gestreift, Mann. Schwarz- und grün gestreift. Ähm... Auf dem linken Trigger kannst du auch, ähm... ...kannst du auch auswählen, dass die Name angezeigt werde, ne? Ich bin 15, 18. Ah, dann suche ich so. 15, 18 habt ihr dich gefunden. Auf dem blauen Grat. Ja, ich hebe jetzt jemanden fest, gleich. Ja. Das ist so funny. Okay, okay. Ich mag's. Okay. Sehr, sehr funny. Oh, du hast es geschafft. Ja, qualifiziert. Sehr, sehr gut. Nicht schlecht. Und da waren es statt 28 nur noch... ...weniger. Zwei falle du nur raus. Ja, kann passieren. Okay, Leute. Wir sind hier jetzt in Abschweifen. Ich suche... ...wieder 15, 18. Da. Ist er. Hat einen schönen Schweif. Ja! Ah! Tschüss! Was? Was? Nein! Oh nein! Nein! Dein Schweif! Wo ist er hin? Hol dir einen! Hol dir einen! Ich hol dir einen! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Den da! Ich versuch... Hol ihn dir! Hechtsprung! Hol ihn dir! Ja, ich hab doch noch eine Minute jetzt. Chill. Okay, ach so, ja. Ich bin etwas aufgebracht. Ähm... Yeah! Huh! Woah! Höh! Nein! Höh! Ah gut, einer mit Schweif in der Nähe. Nein! Nein! Hol ihn dir! Was ist passiert? Ein bisschen traurig schon, dass ich jetzt gleich in der erste Runde raus bin. Hoppala! Aber es macht auch wirklich Laune zuzugucken, muss man sagen. Ja, schon. Uiuiuiui! Aber noch 30 Sekunden, das könnte nochmal spannend werden. Es ist halt schon lang noch, wenn du einen Schweif vorsch und den versuchst zu verteidigen. Ja. Ist es. Und es ist kurz, wenn du einen bekommen möchtest. Ja. Oh! Geh weg! Geh weg! Nein! 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 Echt? Sprung! Irgendwas! Ja! Sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm schon! Komm schon! Da dauert noch einen Schweif. Sehr gut. 12 Sekunden, 11. 10. 9. Nein! Da kommen welche. Hilfe! Weg! 5. Ich geh doch weg! Ja, ja, ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ach, ihr liebt! Jawohl! Congratulations, Lations, Lations! Nicht schlecht! Thank you! Nicht schlecht! Und da waren es nur noch. Oh, 12. Abschweifen habe ich ja schon mal gespielt mit dem alten Router. Mit der Vodafone Station. Und der hat so gelaggt, dass ich nicht ein einziges Mal gewonnen habe. Ich habe aber noch nicht eine Krone gewonnen, weil es immer so derbe gelaggt hat. Und jetzt... Traurig. Jetzt geht es um das Skill hier. Das ist meine erste Runde ohne grausamer Lag. Hoffentlich bin ich nicht gelb. Oh, Mann! Gelb ist scheiße. Da ist er doch. Da ist er, der Kollege. Aber der Soundtrack, der kickt echt gut. Ja. So. Komm! Ah! Komm, Defensive, Leute! Defensive! Defensive! Ich geh... Ich def mal hier ein bisschen. Ja, mach das. Das ist auch wichtig. Ah! Leute! Echt Ball! Leute! Kommt schon! Uiuiuiui! Uiuiui! Ja! Kommt schon! Kommt schon! Der geht rein, der geht rein! Jawohl! Defense! Eine gute Defense ist die halbe Offense. Sag ich immer. Ja! Entscheidet das Jan zum Spiel. Komm schon! Der geht rein, der geht rein! Jawohl! Ich rede so als... Wenn ich das Spiel schon drei Jahrzehnte spiele und würde wissen, ja, der geht rein, der geht sicher. Ja, aber man sieht es doch auch. Darunter muss ich in das Eck hier. Aber man sieht es wirklich gut. Und es, ähm... Ja! Okay. Ohne... Ohne massiven Lag macht das Spiel auch Spaß! Das kann ich mir schon vorstellen. Oh Mann! Aber hier in Sturzball habe ich gehört, ist es so, wenn du Skins hast... Nein! Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Komm! Hau das Ding weg! Ja! Ich bin ein... Ich bin ein Grösus, Alter! Dann ist es nicht gewesen. Ich habe gehört, mit Skins, die höher sind als andere, bekommt man tendenziell leichter den Kopfball, wenn man ums Anspiel spielt. Also wenn du so eine Getränke los bist oder so. Kann es durchaus sein, dass du bessere Chancen hast. Nein! Hau ihn weg! Aber wenn jetzt nicht alles kolossal nach hinten losgeht, in zehn Sekunden glaube ich nicht, dass die noch drei Tore machen. Nee, glaube ich auch nicht. Da wollte ich nicht weg sind. Ja! Noch eins und noch eins. Oh, das ist bitter. Fünf zu null. Ja! Und da kommt eine Banane. Uh! Ich könnte echt ins Finale kommen. Ich bin im Finale, oder? So! Lario startet links aus in seiner Lieblingsposition. Wer die Krone hat, gewinnt. Ja. Das Spiel, alles. Okay, voll geil. Links außen ist nicht so mein Fall, Digga. Ist besser aber als in zweiter Reihe. Oh, wow. Ist schon verloren. Das war's schon. Das war's schon. Nein, ich glaube an dich. Nein, ehrlich. Ich glaube an dich. Es können immer noch Fehler für die anderen passieren. Ja, aber... Vertrau. Vertrau auf die... Scheiße. Junge. Ja, ich probier's doch. Wie weit sind die vorne? Relativ. Oh, verloren, Alter. Nein! Das schneiden wir... Ja, das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus, ja. Das hat ja kein... Ja. Hm, naja. Nicht schlecht. Okay, wir sehen uns in der neuen Runde mit Luigi. Der Kreisel. Überwinde die Hindernisse und renne zur Sillinie. Okay. Hoffentlich werde ich diesmal ein wenig besser. Ähm... Um ehrlich zu sein, finde ich... Was war unser erstes... Spiel? Weiß ich schon gar nicht mehr. Das finde ich auf jeden Fall... Das hier finde ich schwieriger als das, was wir das letzte Mal hatten. Oh, Leute, ihr seht den... Ihr seht den Luigi jetzt gerade failen. Lass dich vorschießen. Falsche Seite dafür. Ja, das ist natürlich schlecht. Ah! Es hat mich weggebounced. Ja, wie gesagt, hochschießen. Ah, ich seh dich. Echt? Oh, Mann. Ich war so gut. Nein! Nein! Nein, wo bin ich? Oh, ja. Oh, ja. Das sieht vernünftig aus. Ich seh dich. Echt? Bist du hinter... Vor mir? Ich bin hinter dir noch. Okay, das ist sehr gut. Ich sagte noch. Das wird sich noch alles legen. Okay. Oh, ich... Ich glaube, ich habe dich auch gesehen. Ja, ich lauf links rum, nämlich ich probier'n Trick. Ah! Sau blöd von mir. Ich bin runtergefallen. Nein! Ist das das Ende? Ich bin auch runtergefallen, nein. Okay. Ich seh dich. Ich bin... Nein! Nein! Ich hasse es! Ich hasse dieses Spiel. Ja, hier Mitte durch ist es nicht leicht. No, das denke ich mir. Elf schon qualifiziert. Schlechte Sache. Miese Sache. Ganz miese Sache. Shit, Alter. Ich bin wahrscheinlich jetzt gleich sofort wieder raus. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt vorm Ziel. Ich halte Leute fest. Bleibt weg! 30 für qualifiziert. Komm! Ach, das bist du gar nicht. Das ist schlecht. Nein, okay. Ich bin schon wieder runtergefallen, Alter. Ich halte sie fest. Ich halte sie fest. Ich halte sie fest. Ich seh's Ziel. Ich sah's Ziel. Mann. Oh Mann. Ich war der Letzte, wo reingekommen ist. Aber die Runde ist tot. Da runde neues Glück. Okay, Leute. Hindernis Rennen. Da runde neues Glück. Würde ich auch so sehen. Wormlich starte ich in der ersten Reihe das mal. Und ich hoffe, euch fuckt's nicht so sehr ab, dass der Muichi so ein Noob ist. Ähm. Dritte Reihe. Ich bin zweite Reihe. Dann hast du schon Vorteil. Ich habe ein Vorteil. Ey, halt mich nicht fest, du scheiß Wolf. Ich bin runtergefallen. Nicht schon wieder. Ist immer dieselbe Kacke, Alter. Ja, ist kein Problem. Hier runterzufallen kostet auch kaum Zeit. Na gut, wenn du das sagst. Oh, die Masse-Dummheit. Alle drücken links. Ja, du musst mit dem Strom fließen. Fließ mit dem Strom. Das ist aber so. Das ist so gar nicht mein. Mein, mein. Ich könnte. Nein. Ich war erst da. Nein. Und er ist da noch. Der ist sogar vor mir. Der ist sogar vor mir. Wer? Du. Was? Oh Gott. Sehe ich die Ziellinie? Ah, hingefallen. Komm, komm, komm. Ja, ja. Ja, ich bin auch drin. Schauen wir mal, ob ich diesmal besser performe. Aber andererseits jetzt, ähm. Na, wobei es wird ja, könnte ja leichter werden, weil weniger drin sind. Aber gleichzeitig sind halt auch bessere drin. Nee. Das sind einfach nur die beste 43. Aber das muss ja nicht heißen, dass die tendenziell gut sind. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt wohl. Okay, ich bin Zweite. Echt? Oh, wollt's in mich nun gehauen. Jetzt nimm mal zweiter. Scheiße. Jetzt einfach so schlecht wie alle anderen. Toll. Gut gemacht, Lario. Lario, mit dir spielen macht mich immer froh. Oh, ist das so? Das ist so. Okay. Okay. Nein! Alter! Links rum würdest du gehen, gell? Ich bin links rumgegangen, ja. Aber da gibt es einen Trick auch. Den probiere ich jetzt nochmal. Weil wenn ich rausfliege, fliege ich halt raus. Fuck you! Ich hab's nicht geschafft. Ich seh dich. Ich bin rechts neben dir. Ja, hallo. Siehst du mich? Hallo. Uff, wir wollen doch weiterkommen. Schaffst du eh nicht. Oh, Mann. Wir kommen immer rein. Ich wurde an die Ziellinie geportet und bin jetzt wieder runtergefallen. Was ist das für eine Scheiße? Alter, Dito. Wann wurde ich... Ah! Traurig, aber so ist es halt. Runde beendet für Lario und mich. Bis zum nächsten Spiel. Entschuldigung. Der Kreisel. Unsere Nemesis. True. Aber das Mal hab ich das im... Ne? Das Mal werd ich erster. Okay. Ja, ich glaub, die haben das auch gepatcht, dass mein Trick nimmer funzt. Also, ist ja nicht mein Trick. Ich hab ihn nur gemacht. Ich bin scheiß Mitläufer. Aber seh mal, weil ehrlich... In Fall Guys ist man ja immer ein Mitläufer. Absolut. Ach, Tappies Deutsch. Uh. Von der unsichtbaren Mauer gerettet. Das ist klar. So. Aber ist schon sauwitzig. Was? Oh, ich seh dich. Hey! Bin wieder... Auf mich immer zur Hilfe. Warum dann? Weil wir hier alle gewinnen wollen. Okay. Oha. Bitte? Hat's mir weggeballert. Weggeschallert? Ja, ganz schön. Richtig weggeschallert. Oha, schon wieder. Nein. Nicht jetzt? Ja. Jetzt hat's gefunzt. Ich sehe dich da vorne. Nee, du souverän. Durch die Lande. Süß. Ach, Mann. Ach, Mann. Na! Ja, also ich soll's schaffen. Ah, hi. Grüß dich. Achtung, nicht runterfalle. I try. Nein, warum kann ich diesen Sprung nicht? A und dann X. So schwer kann's nicht sein. Ah, kann man die kombinieren? Zuerst A und dann X. Ach so, ich dachte, es gibt entweder O, oder? Nö. Komm. Juh. Locker. Ich schaff's. Ich schaff's noch. Ja? Ich schaff's noch. Sicher? Bro. Sicher? Ja. Qualifiziert. Schon wieder. Die Wippen. Meine Nemesis. Larios Nemesis. Wie geht das? Du musst einfach nach vorne latschen. Und die Dinger kippen. Und das sind Wippe, die einfarbigen, ja. Und das Problem ist, dass die Leute dumm sind und nicht raffen, wie Wippen funktionieren. Und dann wippen die halt immer und man fällt runter, weil die Leute so doof sind. Wippen ist easy, wenn du Erster bist. Oder Letzter. Ja, aber mit Abstand Letzter. Weil die Leute fallen halt immer. Mann, Leute. Ich könnte. Reiherren. Ich bin runtergefallen. Ich bin jetzt ganz hinten an der violetten Wippe. Ja, dann. Dann könnte's passieren. Dass du Glück hast. Ah, nein, 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 nein. Ach, Mann. Einfach richtig Pech gehabt. Tja, so ist das. Nein. Oh, ich hasse Wippen. Das sieht doch ganz vernünftig aus, was Lariosch und Mursch hast. Du bist vor mir. Ja. Was? Wie ist das denn passiert? Ja, ist so. Toll. Ja, was? Die wippen. Ja, die Dinger wippen, ne? Das sehe ich ein. Komm, 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 komm. Ich bin auf die dumme Idiote-Wippe. Oh, ich habe gespuckt vor lauter Rage. Kommt, hört doch auf, Leute. Leute. Komm, 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 komm. Zwölf. Und. Booyah, schagalaka, booyah, schagalaka. Nein. Wer ist qualifiziert? Lario nicht. Ich wollte jetzt ein böses F-Wort benutzen. 15, 18. Ich gucke dir zu. Das schaffst du noch. Ja, wenn die Idiote nicht so. Leute, das sind Wippen. Ihr müsst ausgleichend. Kommt hierher. Jeder denkt nur an sich. Hier denkt. Ja, toll, toll. Ich schaff's nicht. Die Verbindung zum Server wurde getrennt. Echt jetzt? Mhm. Dann müssen wir noch eine letzte Runde spielen. Ich glaube auch. Was ist denn das? Leute und willkommen zurück zu Hindernisrennen. Nachdem uns kurz die Verbindung abgeschossen wurde, geht es jetzt direkt weiter. Mit der letzten Runde Fall Guys für heute. Für diesen heutigen wunderbaren Tag. Mittwoch ist es. Nicht Dienstag. Auch nicht Sonntag. Und Abfahrt. Aber wir laden ja nicht an Mittwoch hoch, oder? Das wird sich... Alter, warum fall ich hier immer runter? Ja, ich fall auch immer runter. Nur gute Leute verlieren runter. Ich sehe dich. Wo denn? Ähm, diagonal links vor mir. Boah, hier ist ja aber Rambazamba. Hier ist gerammelt voll, Diggi. Das ist gerammelt voll, Bro. Aber ich komme ganz gut durch. Ich komme nicht so gut durch. Hä, das ist ja randomized hier, oder was? Oh lol, das sind ja andere. Ja, die Schwingers sind, ähm, längs und nicht quer. Längs und nicht quer. I'm in. I'm not in, but not far. It's becoming eng. It's becoming very eng. Quatsch. Das habe ich noch locker geschafft. Nice. Ne, Ringe, oder? Ah, ne, Rollfeld. Rollfeld. Bewegen. Davor habe ich am... Davor habe ich am meisten Angst. Ich möchte nicht hinunterfallen in den Schleim. Das passiert nicht, Digger. Bewege dich zwischen den rollenden Rollmöpsen, um nicht in die Soßenlacke zu fallen. In diesem Sinne, viel Spaß. Hi. Hör auf. Ist immer noch dieselbe Schose mit dir. Ja, Mann. Sorry. Ui. Lass mich raus. Ich muss raus. Nein. 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 Lario. Was denn? Ich hoffe für dich, dass du weißt, was du tust. Wir schauen uns jetzt noch im Lario seinen Triumph an. Wie jetzt? Ja, was glaubst du sonst, warum ich so schreien würde? Hä, wie kann man hier runterfallen? Ich habe Mist gebaut. Der Typ hat mich festgehoben. Das wird eng. Oh, okay. Das hat hingehauen. Hui. Ey, ich wollte gerade was sagen, was du schon wieder hättest rausschneiden müssen. Und da du es nicht tust, wollte ich aus politischer Korrektheit einfach gar nichts sagen. Sagen. Vernünftig, vernünftig. Sprung. Sprung. Aber ich muss hier weg. Ich muss raus. Es ist brisant. So brisant, wie es nur sein kann. Komm, noch zwei ausscheiden. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe echt gedacht, das wäre dein Ende. Nein. Einer noch. Wow. Lario hat es geschafft. Wieder mal. Ich bin ein Qualifikateur. Und ich habe denen eine richtig schöne Abreibung verpasst. Oder? Wie man im Deutschen sagen würde. Eine Kassur. Eine Kassur. Guter, guter, guter Ding. Ich verstehe nur nicht so ganz. Du hast denen jetzt 16 runtergefallen und dann ist das Spiel vorbei. Ja, die haben rausgequittet. Die fallen dann immer raus, wenn ich rausquitte aus der Lobby. Ach so, okay. Dann schauen wir mal, was Reifenspringer so kann. Muss man einfach nur in Teams durch Reife springen und so viele Punkte für sein Team. Wie möglich. Uh, ein Reifen direkt. Und dann gibt es goldene Reife, die mehr bringen. 15, 18, da ist er. Bist du jetzt blau? Ja, du bist blau, ne? Ja, nice. Acht Punkte. Neun Punkte. Zehn Punkte. Elf Punkte. Diese gelbe Mist-Sau. Was bedeutet das, wenn du so Ausrufezeichen nehmpern? Dass die ausscheidet. Das Team mit der wenigsten Punkte scheidet aus am Ende. Ah. Ja, das macht schon Sinn. Ich habe nur, ah, okay. Das sind Indikator. Die gelbe sind richtige Lusche. Ach, mhm. Ui, hol ihn dir. Ach, Mann. Den hebe ich jetzt fest. Der fuckt mich ab wie ein Oddo. Ja, gut, aber ich brauche eigentlich gar nichts mehr groß anstelle. Wenn du einmal jemand durch ist, dann kann man nimmer durch, oder? Ja, ja, die verschwindet dann. Interessant. Spannendes Konzept. Und der Soundtrack, ich sage es nochmal, der kickt richtig rein. Oh, der ballert gut. Schön. Eine ordentliche Kasur für die gelben Kobolde da. So. Ja. Jetzt hat es klappt. Das war gemein. Ach, der war schon. Ui. 56 zu 31 zu 29. Ah. Hol ihn dir. Ja, nein, der war zu weit weg. Der war auf der anderen Seite. Ah. Ui. Nein. Ah. Ui. Nein. Ah. Das war nichts. Der war ja immer noch hier. Komm schon zu Baza. Ich warte mal hier. Da kommt bestimmt wieder was. Uh. Nice. Nice. Qualifiziert. Runde beendet. Als nächstes die Zehenspitzen. Oh nein. Das habe ich noch nie gewonnen. Mhm. Wenn du da runterfällst, vorbei oder wieder von vorne? Nö, 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 nö. Nicht vorbei. All right, Lario. Wir zählen auf dich. Ja, das war nichts. Ja, Moinsen. Oh, gerade hat es bei mir ein bisschen geleckt. Ja, das liegt am Router. Das ist ja schlecht. Da, ich wäre rechts rum gange. Marius, das sieht gut aus. Ich kann aber jetzt nicht vorrennen. Weil wenn ich jetzt vorrenne. Ja, ja. Oder ich muss auf Risiko gehen. Nein. Nein, du Arsch. Tsch, Entschuldigung. Hey, die trauen sich doch noch nicht. Entschuldigung. Doch, fuck. Nein, ich bin raus. Sie qualifizieren sich. Und raus. Leute, das war es mit Fall Guys für diese Woche. Schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Wenn es heißt, Lario und Luigi bei Fall Guys. Tschüss. Dann bin ich vielleicht auch besser. Tschau. 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 Tschau.